So, Blitzcrank möchte in den Venn gehen. Ja, auf jeden Fall. So, Spiele bei dir auch auf jeden Fall noch über. Mal gucken. Und lasst auf jeden Fall auch Liebe da, geht gerne mal rüber, lasst ihn vorne da. So, mal gucken. Können wir mit dir hier um den Wind, das wäre super. Legende Bonhoch. Stacken? Ja, hoffentlich stacken sie. Okay, das kann gut werden. 10. Oh, nice. Warte. Welche denn für die Spiele? 5 Spiele genau. Also Scrims, wobei ich jetzt Scrims actually sehr, sehr wenig bis gar nicht geübt habe. Aber theoretisch vielleicht irgendwann mal. Aber mal gucken. Weiß es dann doch eher die Primary Camps. Und auf Stronger and POV. Aktuell ist es bei einer Trial-Phase, da wäre dann auch ein bisschen unangenehm. So. Weiß ja nicht, wie die Leute jeweils drauf sind. Ob sich da vielleicht dann irgendwer Druck macht oder anders verhält oder so. Kann man das Ganze dann quasi entspannt intern machen. Und zu sagen, jo, spielst du jetzt on-stream. Auch wenn es nicht vor vielen Leuten ist. Spielst du ja trotzdem on-streams. Aber vielleicht pleasure das den einen oder anderen. Ich weiß nicht, ob du das gewinnt, lieber Herr Hassell. Bin ich auch eher nicht so. Ich hab grad Stat checken gegen Yasuo. Basu. Ja so kann, dass keine Gleits. Botlin hat Peel, Satz. Ich hab Bluhoff, danach können wir Schauen wir uns jetzt schon runter kommen Trotzdem drauf Geht's gar nicht gut Nein die geht's gar nicht gut Geht's gar nicht gut Ah Bluhoff tick noch Oh mein Gott Wird unangenehm werden Ihr solltet aber kein Flash mehr haben Er hat sich Bluhoff nicht gegönnt Ja Ich hab mir natürlich nicht Nee, ich hab gemerkt Ich glaub, der war zu laut dafür Ja, tschuld Geht's gar nicht so unplayable aus Gucken, wie's noch über 6 wird Kein Flash Sehr unangenehm Brazies in Rollmatched Das sollte Lüo gewesen sein Hm, hm Hm, hm Hm Ich schaue Ich schaue Ich muss Okay Wenn ich ihn verbrauchen Ich weiß nicht, ob ich sogar nicht schon fast gehe Mhm ja jedem jack genommen ich glaube ich komme doch den sack nichts kriegen wir machen Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich? Misser auswählten, haben einen Grupps bekommen. Das heißt, der bekommt zumindest keinen Grupps-Spawn oben. Oh, ihr seht euch. Ey man, mein Blitzcrank trifft keine Hook. Okay. Gut, ähm, ja, der Ding ist ziemlich dick, aber ich bin zuerst actually vor ihm ein bisschen, wenn er seine Kits bekommen. Ähm, es verfolgt mich wie sonst was, ne? Es muss immer eine Land Null irgendwas gehen, das ist crazy. Ja, sie hat die Counterpick. Ja, ja. Hm. Gut. Ja, sonst kann ich gespielt haben, ich gehe beißen. Oh, Marc, das ist ein Raffi, sag ich, wie sie es ist, mit einem Spitz actually decent, dann wird es sehr, 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 sehr unangenehm. Hm, der Name noch Flexgü? Ah, weiß ich nicht. Der hat auch nur nicht einmal im gesamten Game Ignited, ne? Muss man auch irgendwann zugutehalten. Und ein wichtiger Summoner-Spanner an der Stelle. Kacke, ey. Wunderbar war ich mal nicht. Das ist Lasten. Nö, okay, Armenien wurde gerade weggetautet, ne? Aber... Ja, die ist vorhin hier gestorben. Nö, ja. I want bot lane. Hm. Ich versuche, 12 zu collecten hier. Ja, ich klebe mich nochmal wieder runter. Wenn wir jetzt wegschauern. Arsenal ist actually auch decent im Game drin. Wir sind full up, wie wohl, liebe. Ähm, gut. Pink's mute. Weckelt uns oben nämlich beide. Jüdische Kraken-Base. Theoretisch können wir aber gleich auf jeden Fall schauen. Nee. Okay. Der Blitzkrieg will noch weggehen. Okay. Und der ist in der Mitte. Kommt aber raus. Spick. Ja, Jack müssen wir geben. Ich muss keine Position dafür. Und gehen in die reinlaufen. Wir wollen spielen. Wir wollen spielen. Das war Tobogreef, das zu spielen. Haken allein. Wird nicht mehr ansatzweise schaden. Das war leider Tobogreef, das zu spielen. Ja. Schösschen. Kurz Hoffnung gehabt, als wir den Hooker hatten. Aber... Wir haben besser als Counterpick und beschwert sich jetzt, dass sie ihre Lane los... Poplaner in der Nutsche, Alter. Man gibt ihnen die Möglichkeit, dass sie ihre Lane gewinnen und sie nutzen es nicht und beschweren sich daran. Hm. Wie soll das? Mir ist es immer noch ein Artengeblieb. Wenn wir guten Damage haben, kriegen wir einfach tot, ne? So ist es nicht. Bodo ist Mütter. Naja, wir spielen keine Gutschen. Ich nehme zwei Alte und Uliwär. Hahaha. Hahaha. Das machen wir auf gar keinen Fall. Ich hab dann besser, die ist doch broken. Warum verliere ich? Hahaha. So ungefähr. Nein, bitte, bitte spiel jetzt nicht. Top in Rhein. Nein, 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 bro. Don't do it. Das sind doch alle oben, Mann. ich habe dann schauen ja die hat da ja die hat da hmm moving sorry julius und ja 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 nice und guck mal besser kriegt du auch mal 25 tauren und du stirbst wieder ne 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 das camp nehmen power top sich brech nur keine ult ne 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 wir sind jetzt bei 1500 steht das crazy ich glaube auch einfach das wohlbild ist nicht gut heute auch nicht gut sein wir mal trailer ist das ist so begegnet hier ich mache zugesehen die lulus ich mache den voli videos weil er seine enorme steht worauf habe ich sein bild aufbaut hat nicht bekommen hier den schild kalt muss ich wirklich meine heizung wieder an machen ich habe echt die direkte bekommen wir diese singe drags für die super stark Das ist mega wichtig, ja. Wappaflitz? Oh, fucken, das ist mein Odo, es geht so. Oh mein Gott, ich habe ihn doch. Nice one, Marc wir sinds. Wir sind bei 2K Shield. Okay, lass mich pushen. Mach sie nicht lang, oder? Okay, wir dürfen, maybe right. Aufpassen, die sind gleich alle wieder ab. Wenn du einmal deine Schüsse draufhauen. Wir sind weg, da können wir nicht ganz. Moin, mein Name ist Support Gin, ich bin Level 11. Und meine Aufgabe ist es, es schildert so die Dusen. Die Aufgaben machst du bisher sehr gut. Und stolz auf dich. Weil die Geschichte hat damit angefangen, dass ich auf einer Botlane war, die aus Schildern bestand. So wird damit jetzt noch eine RTL Serie. Okay. Äh, Botlane im Brennpunkt. Botlane im Brennpunkt. Das ist ein Banger. Mach Aurelion, why? Was hieß du, Carrie? Du bist Support. Ein 20 auf Jake. Du musst aufpassen. Komm. Okay. Okay. Und. Okay. Mal holen. Mal kurz ran. Da geht's durch. Mal na, woher rein. Oh, nice. Nein, Arsol! ausrichtung drake das müssen wir passen was aufpassen was sind wir jetzt nicht ran ich darf nicht fest checken wir spielen ja in uns vor die btp weiter ist dann auch zu ist dann bei fast 3k angekommen profi kriegst du um die 100 karte zu das ist schon ganz heiß würde ich sagen der sektoren Ich weiß nicht, wir dürfen actually Dürfen nicht, wir müssen jetzt spielen Ich habe 600 Gold, ne? Hier Jetzt dürfen wir Oh Ja Ja Nice, nash, nash, nash Oh, alter Mark, ist das geil Und auf in die Basis Ich finde es auch geil, ich habe eigentlich die falschen Schuhe gekauft, aber keiner hat es hier gefängt Ja, Juni sind doch crazy hier Ja, weil ich so ein Fähigkeitsspammer bin Wenn du nachladen kannst, kannst du währenddessen halt ein bisschen, weiß ich nicht, Dinge tun, ne? Action, wirkt sich aus dem Nachladen aus? Nein Ich nicht, ne? Wenn du nachladen, ist immer gleich Stacks hat auch so, 73 Sehr schön Sehr schön Sehr schön So Wo geht von 8, 0, 11, 7 Und der Bolivär hat auch schon fett reingegript, right? Ich habe, okay Wir halten fest, ich habe am Ende so um die 4k Shield Redoos Ja, das ist ganz geil Ja, das ist ganz geil, auf jeden Fall Die hätten mit ihren Schildern halt viel mehr machen können Arthur war schon echt gut, aber der Builds hat halt richtig geile Hooks gefunden Ich nehme den 2 Ich glaube, ohne den Builds wäre Arthur nicht so fett Ich habe nur 2 Du kriegst auch einen Honor, weil du ein guter Support warst Okay, mal ein bisschen Damage gemacht hier Sehr nice Ja, aber billig ist ja auch noch ganz geil Und dann kann ich das auch noch erstellen, dass die 5-2- acht geredet hat und durante